Hallo, mein Name ist Florian Fritsch und mein Herz schlägt schwarz-rot-Golf. Ich bin für den Ryder Cup 2022 in Deutschland, weil wir sind mit 700.000 Golfern die zweitgrößte Golfenation in Europa und als solches haben wir es verdient, so etwas Großartiges wie den Ryder Cup austragen zu dürfen. Als Münchner und damit Bayern-Fan versuche ich jetzt mal diesen Ryder Cup-Ball mit dem Fuß zu jonglieren. Wenn ihr meint, dass ihr es besser könnt als meine 26, dann könnt ihr es zeigen.